Hier geht es nicht um Cosplaying. Nicht um Märchen, nicht um Retro-Games, nicht um den Geist von Davos, nicht um Tokyo Heidi, nicht um Hexen, nicht um Superman, nein, es geht um alle diese Dinge und vieles mehr. Gutes Nachtli alle miteinander! Ein Film, in dem alles zusammenkommt. Folder, Tokyo Heidi, demnächst im Kino. Gutes Nachtli alle miteinander! Gutes Nachtli alle miteinander! Gutes Nachtli alle miteinander!